Dankeschön! So, meine Lieben, bevor ich mir gerne sage, ich muss auf jeden Fall ein Bild von uns alle machen, das finde ich immer ganz toll. Warte mal, ich mach meinen Pops doch gut auf, so mein Handy nicht runterfällt. So, so, und jetzt lächeln! Jetzt schon, wie es geht. Da oben auch, guck mal! Lächeln! Und jetzt will ich von euch sagen, so. Lächeln! Das ist von mir schon meine Facebook-Seite. Toll! So, die Leute haben auf jeden Fall einmal gefragt, warum nach zwei Alben machst du wieder ein Cover-Alben? Ich bin ein Engländer, ich liebe Deutschland. Ich glaube, ihr habt das inzwischen gemerkt. Und ich wollte unbedingt für die ältere Generation so ein schönes Geschenk machen, dass die schöne Erinnerungen von damals haben. Und für die neue Generation, dass die wissen schon, was für Hits wir damals gehabt haben. Das sind tolle Hits. Und, äh, ich liebe das auch so, irgendwelche Festivals oder zu spielen oder Turnieren so. Und ich hoffe, dass wir werden uns viel sehen. Übrigens, nächste Woche verfeiere ich mit Maria Rittenau und feiern Silvester. Und Fasching. So, wenn ihr vorbeigeben kommen wollt, nach Leipzig, äh, ich würd' mich freuen, euch in dem Event-Palast zu sehen. Kommst du nicht? Nein, du kommst nicht. Na, Leipzig. Ist nicht so mein von mir, mein Vino. Ist ein Katzen-Sprung. Auch ein Hundefurz. Wie man sagt. Ne, die sagen das nicht. So, jetzt kommt ein schönes... Es ist Irrwelleis. Ich hab's vergessen. Also, wirklich. Wie, äh, ist nicht irgendjemand, der heißt Michaela hier. Ist ein Michaela. Es muss ein Michaela hier geben. Ne. Also, ist bestimmt. Seine Mutti heißt Michaela. Aus der Woche Geburtstag.